Passt mal auf, was ich euch jetzt herbeizaubere. Es gibt keine Milch, kommt aber aus dem Kuhstall. Aufgepasst, 3, 2, 1. Ein Bulle. Seid nett zueinander. Ich will keine Spannungen, keinen Streit. Bist du bescheuert, dass du dich mitten im Durchgang so breit machst? Bleibt gelassen und freundlich. Du willst mir sagen, wo es angeht, du traust dich was? Die Leute werden unseren Service nach eurem Auftreten beurteilt. Nein, nein, der Hintergrund muss frei sein. Jetzt läuft die Alte da durch. Ist übrigens meine Mutter. Ich zähle auf euch, dass dieser Abend einzigartig und unvergesslich wird. Nimmst du mal schnell das Tablett, ich muss in die Küche. Bitte? Tut mir leid. Samy, du hast das Feuerwerk im Griff, oder? Euch steht heute ein Wahnsinnsabend bevor. Schlicht, schick und angenehm. Wer von euch arbeitet heute schwarz? Ihr müsst die Hand nicht so hochheben, dass ihr genügt für mich. Vielleicht lässt er sich gerne an die Leine legen. Das wird keine Prollparty. Ich will keine wedelnden Servietten. Ich muss voranschicken, ich bin kein großer Reden. Dann halt doch die Klappe. Das wäre mal ein Anfang. Oh, verflucht. Ich verstehe gar nicht, wo mein Sohn ist. Nun, höchstwahrscheinlich gerade. Er schnappt nur ein bisschen Luft. Wollen wir? Ich will nur ein bisschen Luft. Ich will nur ein bisschen Luft. Und wenn es schwer in Ordnung, ich will nur ein bisschen Luft. Ich will nur ein bisschen Luft wie zinteressantes. Untertitelung des ZDF, 2020